Hi Leute, in diesem heutigen Video wollte ich mal dick und fett Danke sagen, denn wir sind jetzt 250 Leute, inzwischen schon wieder über 250 Leute und ich wollte mich dafür bedanken, für eure lieben Kommentare bedanken, für eure Treue und so weiter und werde heute etwas verlosen und das Video sollte eigentlich schon etwas eher kommen, genau als die 250 Leute hier erreicht waren und da die Preise etwas auf sich warten ließen, sind jetzt 270 Abonnenten, aber nichtsdestotrotz, ich will euch einfach was wiedergeben, eine Kleinigkeit und ihr wisst ja, dass ich und wie ich merke, auch einige da draußen Fans von The Vampire Diaries sind und da ich sehr viele, also ich würde inzwischen schon sagen, einige Videos über The Vampire Diaries, Make-up-Looks, Haare und so weiter gedreht habe, Dachte ich mir, ich gebe euch mal was zurück und zwar verlose ich zweimal Elenas Eiskrauthalskette und ich trage meine selber gerade und ich trage total gerne, die schaut wirklich toll aus. Hier habe ich nochmal ein Close-Up für euch, wirklich eine wunderschöne Kette, man kann die hinten auch aufmachen, die wird verschlossen mit einem Magneten und kann Eisenkraut reinpacken, ich habe in meinen jetzt noch nichts eingepackt, habe es aber auch noch vor. Ich verlose zwei Elayna Halsketten und ich verlose zwei Catherine Halsketten und zwar die Tageslichtkette von Catherine. Hier nochmal ein Close-Up, schaut wirklich wunderschön aus, mit der Verzierung hier, ist eine längere Kette, ich verlose zwei hier von und zwei davon, was heißt wir haben vier Leute, die hier gewinnen können und alles was ihr tun müsst, um diese Goodies zu gewinnen, ist, ihr gebt diesem Video einen Daumen nach oben, ihr müsst Abonnent von meinem Kanal sein und von meinem zweiten Kanal, Franzis Live, meinem Blog-Kanal und einen Kommentar hinterlassen und zwar schreibt ihr in den Kommentar euren Vampire Diaries Lieblingscharakter, damit ich weiß, ob ihr teilnehmt und ihr könnt auch so viele Kommentare hinterlassen, die ihr wollt und dann läuft diese Belosung eine Woche lang und nach einer Woche werde ich dann zufällig vier Gewinner rauspischen und die dann persönlich auf YouTube kontaktieren, wegen der Adressen und so weiter und falls ihr unter 18 seid, bitte fragt eure Eltern nach der Adresse nicht, dass ihr Ärger kriegt, weil ihr wildfremden Personen eure E-Mail-Adresse gebt. Ja und zu guter Letzt nochmal ein riesen Dankeschön an euch, mir macht das wirklich furchtbar viel Spaß für euch, diese Videos zu machen und genau, was ich noch sagen wollte, ich mache ja vielleicht ein FAQ, also ein Frau Franzi irgendwas und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann nicht egal, welche, schreibt es mir auch in die Kommentare oder auf meine Twitter oder Facebook-Seite dann kann ich mir da mal ein FAQ-Video zusammenstellen dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt viel Spaß beim Mitmachen und ich sehe euch dann hoffentlich alle in meinem nächsten Video also macht's gut, tschüss, knuddeln! Also, kommt ihr bis zum nächsten Mal! Dann, wir sind dann noch ein bisschen draufgehaktiv aus. Echt?